Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, ich bin ungeschminkt und meine Haare sind nicht gemacht, denn ich wollte das mit euch zusammen machen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich drehe heute ein Get Ready With Me. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und ich hoffe, euch gefällt der Look. Lasst mir gerne ein Feedback da, wie euch dieser Look gefallen hat. Dann nutze ich mein L'Oreal Perfect Match Foundation. Danach trage ich mein Concealer auf und mit dem Alverde tue ich dann konturieren. Als nächstes benutze ich von Essence als Untergrund einen Lidschatten. Den Concealer sette ich nochmal mit diesem Essence Kompaktpuder. Nun kommen wir zum Lidschatten. Da nehme ich den Essence Snowflake Lidschatten. Und von meiner W7 Palette nehme ich einen New Tone und trage es in der Lidfalte auf und verblende das Ganze. Nun trage ich mir einen Eyeliner Strich auf. Hierfür verwende ich von Manhattan diesen Gel. Dies trage ich mit einem dünnen, schrägen Pinsel auf. Danach benutze ich diesen Augenbrauenstift. Zum Highlighten nehme ich meinen Sleek Konturkit und benutze diesen Highlighter. Für die Wimpern benutze ich eine Mascara von Essence. Bei den Lippen habe ich mich für einen New Tone entschieden. Nun glätte ich meine Haare und welchen Glätteisen ich benutze, könnt ihr in meinem Haarroutine-Video sehen. Und fertig ist der Look. Ich bin ein Haarr Ich bin ein Haarrt.